Im Kinderzimmer geht bestimmt was. Irgendwo muss hier Alk versteckt sein. Panda Patrol. Und Fighter Jed. Was ein Scheiß. Oder hier bei den Eltern. Bestimmt. Na, Pils. Natürlich. Was sonst. Klar, es geht. Wo bist du? Doch, Klappzeit. Was denn? Ich hätte Zeit gehabt. Er wollte nicht. Nur fürs Protokoll. Okay. Gut, dann gehen wir halt erst. Was auch immer du sagst. Dank. Ja, super. Ist alles voll. Hm, hm, hm. Scheiße. Sehr sogar. Ah, das Esszimmer. Aber nie. Was? Was ist das denn für ein Fuckface? Das ist gar kein Snur. Fail. Okay. Oh, ein Messer sogar. Cool. Oh so, Billy. Was los? Nix. Hilf mir hier mal kurz. Ja, ja. Ja, ja, ja. Immer mit der Ruhe, alter Sack. Ah, ja. Ah, ja. Sind ja bald an der Schule. Gut. Oh, nicht gut. Was hab ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Ah, na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Ach was. Really. You don't say. Ich hab aber nur ein Messer. Die Frage ist, wo wir hin müssen. See Lens. Wir gucken erstmal, dass wir in Deckung bleiben können. Genau so, wie du das gerade schon klar machst. Wird das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas übersehen, wenn ich hier einfach durchrushe. Deswegen schalten wir jetzt einen nach dem anderen einfach aus. If possible. Das klingt verdammt nah. It is. Okay. So geht's natürlich auch. Auch wenn wir uns da komplett durchsliegen können, ist es mir nur recht. Ich muss nicht alles killen. Was es so gibt. Was, was, was. Wo, wo. Das Schöne ist, die können wir auch erwürgen. Ohne unsere Messerchen zu verbrauchen. You dead. Oh ja. Okay. Next, please. Mit Glück können wir es einfach alle ausschalten. Bei der bin ich mir nicht sicher. Da gucken wir lieber erstmal. Okay, sonst keiner da. Zumindest nicht in Hörreichweite. Was zur Hölle macht ihr viel Geräusche. Noch hätte ich sie greifen können. Das war ein Fehler. Boom. Tschüss, Kopf. Ich arbeite dran. Hau ihn weg. Don't wanna die. Alter, mit der Fäustel ist natürlich mies. Kann rennen. Nicht schießen. Ich hätte mir eine Nahkampfwaffe besorgen müssen. Noch jemand? Ah ja. Bitch. So sieht's aus. Fuck. Off. Das war uncool. Jetzt können wir endlich mal wieder ein Medikit benutzen. Geht auch mal wieder Zeit. Solange es nur eins ist. Jetzt können wir nämlich auch direkt wieder eins herstellen. Bitte. So. Okay. Und ich denke, jetzt können wir uns doch eher in Ruhe umgucken. Weil wir mindestens mal die halbe Map gerade angelockt haben. Also den halben Hof hier. Mindestens. Wenn nicht sogar alle. Sieht so aus, ja. Okay. Cool. Sonst kann es nicht sein, dass hier nichts ist, oder? Dann war die Aktion nämlich jetzt total unnötig. Aber es sieht fast so aus, als wäre hier sonst nichts. War da was am Police Car, was man hätte abgreifen können? Wahrscheinlich auch nicht. Ne. Das sieht ziemlich abgeranzt aus. Ja. Die Klicker sind natürlich das Gefährliche. Das stimmt. So kann man sie alle noch verprügeln en masse, ja. Das geht schon klar. Oh hey. Wie habe ich die denn jetzt verpasst, die armen Sägel? Geht schon, Mann. Ah, run, run, run. Und gib ihn. Don't shoot. Boom. Will kill. For money. Bam. Bam. Bam, bitch. Fuck. Off. Komm her. Ah. Noch einer. Wo? Hörner. Run. Nicht schießen, Alter. Oh, nice move. Jo, klar. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hint mir da hoch, dann hole ich sie. Okay. Wait a minute. Wait a minute. Wow. Wow. Trotzdem uncool. Keine Ahnung, wo die Säcke schon wieder herkamen. Waren wir hier auch drauf? Nee? Okay, nee. So, dann helfe ich dir hoch. Hopp. Na, da. Hopp. Brauche ich eine Waffe übrigens, Joel. Habe ich schon erwähnt. Gebe ihr eine verdammte Waffe. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Jo, Billy. Oh, da. Na gut. Geht auch. Danke, Bill. Gut. Da ist die Motorhaube. Komm, go. Wo? Wo rein? Ja, dann komm halt. Komm. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Los, Bill. Ich hab's. Und das Fenster. Schnell. Komm, die kommen. Ja. Bye. Au. Los, komm. Das war knapp, Mann. Gebe ihr eine Waffe. Das hört sich halten. Bill, jetzt vereint dich. Hilf mir. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt. Bitte, Leute. Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier. Wir müssen rausgehen. Komm mit. Shit. So. Wir schleichen uns hinten raus. Geh nur rum. Mach's Licht aus, Alter. Ich bringe uns hier raus. Was zur Hölle verstehst du unter Folgen, Alter? Hier ist alles voll mit Gesichtern. Alter, wo bist du denn hin? Schneller. Gotta go. Ach, shit. Hier geht's gar nicht hoch, ne? Dämmchen wär jetzt nice. Ja, hier geht's nicht weiter. Okay, wir bleiben hier. Können immer noch keine Bombe bauen. Na, super. Was zur Hölle? Oh, oh, oh. Fuck. Pass bloß auf. What? What? Alter, dieses Setup hier ist die Hölle. Das ist fürchterlich. Ach. You serious, huh? Oh ja, drei Stück. Natürlich. Gar kein Problem, wa? Ne. Brennt ihr? Ne, wirklich. Scheiße. Au, should burn, hä? Ne, der Klicker brennt immer noch. Jetzt, okay. Ach, thank God. Stirb leise. Okay, jetzt kommen sie alle. Das heißt, der eine Klicker da, der kommt bestimmt auch gleich. Okay. Oh no. Ahm. Alles klar, mitnehme. Und ich glaube, jetzt sind wir eigentlich relativ gut dargestellt. Oh yeah, Lucille in der Haus. Gut. Alle zu Tode geburned. Auch gut. Okay. Vielleicht doch nochmal einen Ticken leiser. Ne, ich hätte gerne die Schrotze. Die Schrotze, Alter. What the hell? So, da ist er. Alles klar. Wie sieht's hier aus? 20 Schuss. Okay. Nehmen wir das. Und. Ich befürchte fast, weiter geht's. Aber erstmal in die Richtung. Denn, dieser eine Klicker da vorne, der will noch aufs Maul, habe ich gehört. Ich denke nämlich, dass man hier sicher irgendwo noch was abgreifen kann. Wenn er jetzt nicht sogar gerade schon da dabei war. Aber das sieht nicht so aus. Okay. Hier ist keiner mehr. Na dann. Nach Oben geht's nicht. Hier geht's nicht lang. Alles klar. Gut. Dann gehen wir doch da weiter. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Da können wir lang. Den Flur runter. Oh shit. Na dann. Komm her. Ja. Dead. Wie sieht's bei euch aus? Nix. Gut. There you go. Basie for the win. Alles klar. So muss das. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal neues Zeug herstellen. Eine Bombe. I'll take it. Das Messer wäre vielleicht sogar sicherer gewesen. Aber na gut. So geht's auch. Das war eigentlich ganz great. Nicht überragend great, aber ein bisschen great. Klar, immer. Ja, Jebby. Really? What? Eww. Alter, was bloatet der denn da rum? Los mit dem. Oh shit. Oh, hi. Alter, der Deploater am Start. Was ist? Renn, 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 renn. Der Pilz zu hart. Oh fuck. Was zur Hölle? You're dead. You're dead. Oh, ja, ich komme. Ich komme schon. Wait a minute. So. Ich glaube, der Bloater ist down, oder? Puh. Was war das für ein großer Typ? Der ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Ich unterbreche nur ungern die Aufklärungstunde. Aber können wir endlich hier weg? Bitte. Laus. Laus. Untertitelung. BR 2018